Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ja, ich hatte Recht, in Richtung meine Pläne einzubringen. Ich habe großes. Sie sind gekommen. Ein bisschen verriegen, Krömmel. Er wählt sich bereits als Sieg am 70. Es wird ein Böses erwachen geben. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wird gefliehen. Ihr Ansochen Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Holen Sie mir, Fegelein? Ich bin... Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Mal für mir leicht, davon zu gehen. Fegelein! Ja, 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 ich will so fassen, so verrischt! Nein! Marani! Marani! Meine Mutter! Ja! Verstauern! Nein! 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 mit einem Auslandverteidigungsdienst vorstoßen mit Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Gezogen Siehne! Ich will Fägelern sehen, zur Fahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelern herren! Fägelern! Fägelern! Fägelern!